Es ist einfach richtig doof gelaufen. Bevor da überhaupt etwas entstehen konnte, haben die beiden alles beendet. Pietro Lombardi hat sich gegen Melissa entschieden. Er möchte sie nicht mehr weiter kennenlernen, denn er möchte viel lieber Zeit mit seinem Sohn Alessio verbringen. Eine Reaktion, die die meisten User nicht verstehen. Nachdem ausgerechnet Pietro doch so verrückt nach Melissa war, sie selbst kann es wohl nicht verstehen. Doch ist der Kontakt damit endgültig abgebrochen? Laut der Aussage von Pietro wohl nicht. Denn in einem Interview sagt er, ihr tut ja so, als hätte ich Melissa verbannt. Wir schreiben ganz normal. Es gibt immer noch keinen Streit, keinen Krieg, nichts. Naja, vielleicht wird er doch noch was aus den beiden. Was sagt ihr zu dem Statement von Pietro? Glaubt ihr, dass die beiden es in Zukunft nochmal versuchen werden? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check The Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns, wie immer, im nächsten Video. Ich freue mich auf euch!